Mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen im Krieg bei Fog of War, Prä-Alpha-Version. So, das ist ein Early-Access-Spiel und darum sind auch gerade so viele Server online gewesen. Warum? Ich dachte mir, ein zweiter Weltkrieg, das könnte man nochmal spielen. Ich habe schon mal ein, zwei Runden gespielt und es spielt sich anders als ein Battlefield 5. Definitiv, man hat Punkte und mit diesen Punkten kann man quasi Einheiten spielen. Jede Einheit kostet irgendwie unterschiedlich an Punkten. Der Rifleman, der ist der billigste. Wir nehmen aber mal den Machine Gunner. Nehmen wir ruhig mal den. Und wir haben jetzt noch 800 Punkte frei. Wir sehen unten rechts, wir haben zwei Granaten. Und der Entwickler kommt wahrscheinlich aus Russland. Wenn was Russisches da steht, nicht wundern. Es ist einfach nicht so einfach wie Battlefield. Also, ach, da bin ich, okay. Meine Jungs sind vorne rechts. Man kriegt nicht so alles einfach angezeigt. Also, die Gegner sehen auch fast... You in 10. Also, ich bin in 10, okay. Ja, ist genau. Einer weniger. Einer weniger. Genau. Äh, das Deutsche, was sie sagen, klingt echt scheiße. Einer weniger. So, die Nazis sind braun. Äh, äh, grün. Da im Wald hängen die irgendwo. Ziehen wir uns mal zurück. Der galt uns, der Schuss. Einer weniger. Wo, was liegt denn hier? Können wir das nehmen? Take weapon. Achso, das ist F. Letzt hast du was nicht. Hm. Sobald ich die halt. Muss auch erstmal gerade wieder reinkommen. Das mit dem Einzocken oder Anzocken, das war irgendwie vor ein, zwei Tagen. Ich seh keine Sau, ne? Es gab irgendwie zwei Zoom-Faktoren. Ich guck grad, wie das... Einmal rechtsklick und dann nochmal... Weitaste nach oben. Wir sind effektiver, wenn wir liegen, ne? Das ist ja ganz klar, aber... Liegt da einer? Hinter dem Baum ist einer. Und hinter dem Stein. Und ich bin tot. Jetzt haben wir 200 Punkte verloren. Weil wir den Maschinengrenner verloren haben. Okay. Dann nehmen wir doch mal den Rifleman. Der dürfte nur 50 kosten, oder so. 100. Wurah. So. Das ist einer von uns. Achso. Und der ist wieder hoch. So. Ist eine kleine Map. Aber ich muss sagen, ähm... Wir gehen mal weiter rechts. Was ich an dem Spiel schon mal besser finde, ist, ähm... Es gibt einfach mehr Maps. Ich glaube, es waren... 12, 15. Aber halt noch nicht viele Panzer. Und es sieht... Erinnert mich so ein bisschen an DayZ damals. Von der Landschaft. Na, das sind unsere Kollegen. Nee, hier ist diesmal kein Übergang. Hier können wir rein. Nein, diesmal liegt hier keine Waffe. Schade. Da ist auch einer. Zwei. Oh, die falsche Taste. Wo haben wir ihn getroffen? Hey, cool. Kann ich die Waffe haben? Ich überlege gerade, welche Taste das war. F war das. Da. Nein. Falsche Taste wieder. Was ist denn da hinten am Stein? Liegt einer da im Haus? Ja, da lag einer im Haus. Und hinterm Haus ist einer. Nachladen. Was ist mit dem Rucksack? Kann ich den auch nehmen? Inlegen. Die braunen sieht man immer so schlecht. Fünf Magazine haben wir noch. Hm. Äh, das Spiel hatte ich jetzt, ähm, eigentlich schon seit einem Jahr oder so, locker, auf meiner Wishlist bei Steam. Und jetzt dachte ich mir, jetzt gönne ich sie mir mal. Ach, das Gewehr nehmen wir mal später. Oh, was ist das denn, Alter? Kann ich das benutzen? Da muss ich wahrscheinlich, äh, auch den Gunner nehmen. Es gibt extra jemanden, ich glaube, der kann nur diesen, ähm, Granatwerfer bedienen. Die nerven bei uns mal, dass er einfach existiert. Wir sind ziemlich am Rand. Ich überlege gerade, ob wir flankieren. Und ich weiß auch, wenn wir in ein Gebiet sind, was, äh, wo der feindliche Spawnpunkt ist, dann kriegen wir eine Meldung, dass da ein Minenfeld ist. Und, ähm, in dem Feld, wenn wir uns auf, äh, in dem wir uns so lange befinden, im Minenfeld, treten wir automatisch irgendwann auf eine Mine. Und sterben. Oh, Schauschützendewehr. Da ist, äh, hoch mit dir, Soldat. Ah, scheiße, Beude. Ja. Das war keiner von mir. Die haben genau dasselbe gemacht wie ich. Ah, ich seh sie nicht. Könnte doch vielleicht einer von mir gewesen sein. Man macht bloß keinen Schaden, wenn man sich selbst, also, wenn deine Leute auf dich schießen. Dann nehmen wir uns auch einfach das nächste Gebäude vor. Masch dir auf. Oh, jetzt haben wir Smokegranaten und so eingesammelt. Da hinten läuft einer. Ich dachte, der rennt vielleicht auch nochmal in die Mitte. Boah, tut er nicht. Jute, dann weiter. Ah, nein, da war noch einer. Weg, 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 weg. Ah, schade. Ich dachte, ich lenke ihn ab mit der Granate. Dass wir nochmal ins Haus rennen können und nochmal, ähm, ja, uns heilen können. So, jetzt nehmen wir aber mal, hier aus dem Second gibt es ein Gunlayer, ja. Ah, was kostet der? Nehme ich den mal. Und wir rennen nochmal rechts hin. Oh, der kostet 1000. Äh, das nehmen wir dann lieber doch nicht. Ja, aber es gibt hier Leute, die fahren können. Fahrzeuge gibt es noch nicht so viele. Ich hab bisher mal zwei gesehen. Pack. Kann man auch, äh, sich ordern. Braucht man halt mehr Punkte. Wir nehmen mal einen Rifleman. Rennt nochmal rechts lang. Auf unserer Seite durchsuchen die Gebäude und machen dasselbe nochmal. In den Gebäuden war ja manchmal doch tolle, tolle Waffen. Oder wir gehen mal auf die linke Flanke. Ja doch, wir gehen mal auf die linke Flanke. Sind wir nicht so alleine? Hier liegt ja noch einer. Ohne Kopf. Der ist ein bisschen kopflos. Ach, die sind grau. Sieht so grün aus in der Entfernung. Warte mal. Ah, das war einer von meinen Leuten. Da liegt noch eine Leiche und ich werde geschossen. Jetzt kriegen wir erst eine Info, dass da ein Kollege von uns drin ist. Ah, du machst das schon. Mein Jüngchen. Die haben alle keine Waffen. Die wurden alle schon gelootet. Ey, das war ein Treffer. Da ist was. Nur Munition. Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt wollte ich ihn auch gerade umschießen. Der eine Kollege ist im Haus. Da rechts. Da ist ein Feind. Ich treffe ihn nicht ins Haus. Da ist er vorbeigegangen. Schade. Ist er jetzt hinterm Haus? Im Haus ist er glaube ich nicht, ne? Oh, das gibt's doch nicht. Triffst diese Sau nicht. Da kommt die nächste Sau. Keine Munition mehr. Das gibt's doch nicht. Lad nach. Los, Soldat. Das Ziel ist gestorbt. Das Ziel ist gestorbt. Was bist du für ein Deutscher? Ah, dann haben wir auch gut einen Verschmack jetzt. Das geht gut. Ich bin mal... Wir müssten mal eigentlich die Alliierten nehmen. Ich glaube, das sind Amerikaner. Ey, wenn die Deutschen schon scheiße Deutsch sprechen, wir sprechen dann erst die Amerikaner. So, da ist mal wieder irgendeiner. Also ich muss sagen, das Level gefällt mir doch bisher am besten. Weil es gibt Levels, die sind ein bisschen größer, weiträumiger. Es gibt ein Stadtlevel. Da hast du sehr viel leere Gebäude. Bis man dann auf den Feind trifft. Das hat mir doch ein bisschen zu lang gedauert. Das ist echt jetzt nicht schlecht für die paar People, die wir sind. Ich hab eigentlich gehofft... Also ich hab jetzt mal zweimal, sag mal, mittags rum gespielt. Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt eher abends, sag mal, zu Primetime zocke. Und wir haben jetzt nur zehn Mann oder acht Mann, waren wir vorhin. Das ist jetzt nicht so viel. Ah! Der hatte nicht in meine Richtung gezeigt, aber trotzdem mich beballert. Okay, war gut. Das ist ja gut gemacht. Ich hab zwar grob in die Richtung geguckt, aber ich hab ihn nicht anfangs gesehen. Ich find, man sieht die Gegner hier schwerer. Ich denke mal, ihr im Video, wenn ihr das Video sieht, seht ihr die noch schwieriger. Also ich hab immer das Problem, wenn ich YouTube ein Video gucke, hat jetzt mit der Grafik nichts zu tun. Einfach nur, ähm... Ja, dass man die Leute halt schwieriger sieht. So, wo sind denn unsere Leute? Oh, wir sind gar nicht. Doch, da hinten rechts. Ich bin links außen. Ganz außen. Ah, sie ist eine von uns. Okay. Gut, dann waschen wir mal durch die Mitte. Nur Mut. Was gibt's hier? Mach mal auf da! Ich dachte, da gibt's vielleicht Waffen. Wir gehen jetzt mal hier hin. Da ist einer. Trefft ihr nicht! Ich trefft ihr nicht! Scheiß Gewehrschütze. Munition ist alle! Habt ihr das klicken gehört? Nein, was ist los? Ach, Mist. Bis zu Ende. Gut, ich würd sagen, wir spielen nochmal eine andere Map an. Die Map hat mir gut gefallen. Ja, man kann hier weiter aufsteigen. Ähm, ich weiß nicht, ob man da noch andere Klassen freischalten kann. Ja, ich denke mal. Du kannst ja, äh, da Boss werden quasi. Und, ähm... Ich glaube, eins mit der Städten war dies hier. Die sind zwar alle ein bisschen ähnlich aus. Oh, die war fies mit der Brücke. Welche hatte ich noch nicht? Die mit dem Panzer werde ich mal haben. Ach, alle haben die Brücke genommen. Na gut, die ist ja auch nicht schlecht. Zeigen wir die doch mal. Die Brücke-Map. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 Maps. Und das Spiel ist nicht, äh, draußen. Battlefield hatte am Anfang nicht so viel. So, ja, sie gehen alle tödlich wieder bei den, äh, Alliierten rein. Wir nehmen mal einen Rifle-Man. Bisschen Punkte sparen. Das ist unsere Anfangszone. Können wir jetzt schon loslegen. Genau. Dann ist das die vom Feind. Und das ist das Schlachtfeld. Eigentlich fällt mir zu hier auch, ist die auch nicht so groß, die Map. Wir sind echt nur zu zweit? Gegen wie viel? Vier? Das heißt, die können uns sehr gut flankieren. Ich würde ja echt gerne mal so zu gerne so einen Granatwerfer aufstellen. In der Brücke. Ich habe da die Brücke einmal richtig gehalten. Da ist doch einer. Wir rennen mal auf die Brücke. Oh, wir sind doch zu dritt. Also, die Brücke hatte ich echt mal hart gehalten. Da hatte ein anderer, er hat in den Gegenspieler die Artillerie benutzt und ich hatte keine Chance. Wir haben hier alles Artilleriemäßige in der, in der Brückengegend, ähm, kaputt geballert. Du hast keine Chance mehr gehabt. So, Deckung, von, von Deckung zu Deckung. Ah, da spielt doch jemand den, äh, 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 Granatwerfer. Der ist echt fies, der Granatwerfer. Immer aufs Anfangs-, 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 Anfangsgebiet ballern. Also haben sie, da habe ich doch gerade jemanden gesehen. Gewehr hoch! Gewehr hoch! Ja, mit deinem Kopf! Ja, mit deinem Kopf! Kopfschuss! Aha, das hasse ich! Das Geräusch! Kopfschuss! Na, wo ist er denn? Ich finde nochmal einen Kopfschuss! Nee. Versuchen wir ein bisschen näher ranzukommen. Man sieht sie ja auch echt nicht, ne? Doch, da habe ich gerade eingesehen. Gehört ja nicht zum Stacheldraht. Komm schon, Soldat! Kopfschuss! Oh, ich liebe dieses Geräusch! Kopfschuss! Super, Mann! So. Ah, da, ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ist da noch wer? Feuer in den Hohen! Nein! Kopfschuss! Kopfschuss! Mit der Granate noch einen erwischt. Das lobe ich mir. Das hat Spaß gemacht. Weiterhin. Kann man auch einsehen, wie viel man jetzt ist ungefähr? Wir sind zu dritt auf jeden Fall. Die waren am Anfang zu viert. Wir sind zu viert gegen 1, 2, 3, 6. Das ist natürlich fair. Jo, hier versteckt sich einer. Das ist einer von meinen Leuten. Was guckst du in meine Richtung? Der Feind ist auf der anderen Seite, du Forst. Also, ich kann mir vorstellen, wenn man selber eine größere Gruppe hat. Eine Spielerschaft, ich sag mal, eine klassische Larmparty machen will. Keine Art Counter-Strike. Oh, das war... Weiß ich nicht, was es war. Es hat auf jeden Fall wehgetan. Weiter, 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 weiter. Von Deckung zu Deckung wieder. Hallo, Gewehr! Wir liegen da unten rechts noch. Da hinten kommt einer. Schade, kein Korbsschuss. Na, wir laden mal. Bevor ich hier keine Munition mehr habe. Sprengen wir sie raus. Komm nicht so weit. Fuck. Das war der zweite. Ja, mit einem G da rein ist vielleicht auch gar nicht so unklug. Was ist das denn? Take Flag. Was soll ich noch mit? Äh, was? Flag ist... Press T to mount. Achso, wo ich spawnen will, oder was? Du, 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 du. Ich bin der Flaggenträger. Oh, ich hab keine Ahnung, was ich damit machen soll. So. Ich renne jetzt hinter dieses Haus. Die sind ja noch bei der Brücke. Die denken sich, hey, die dummen Nazis oder die dummen Deutschen kommen bestimmt einfach wieder straight vorgelaufen. Diesmal wird es, muss ich es aber enttäuschen. Ich renne hier jetzt einfach mal in das Haus und versuche... Oh, hier gibt es ja auch tolle Sachen. Oh, ein besseres Gewehr. Nein! Oh, das ist falsch. Das war G. Nicht F. Hallo, gib mir nochmal... Kann ich das nochmal haben? Ist das ein Snipovic hier? Sniper Snipovic. Ähm... Tja. Gucken wir mal. Gup-Schuss. Hängt ja alles voll. Miest. Lad nach! Glück gehabt. Oh, das war eine Granate oder so. Ah, die kommen von der linken Seite. Ist jetzt nicht so geil, das Gewehr. Ich dachte eher... Ja, ähm... Was machst du hier? Kaffee trinken? Milchschaum anrühren für dein Cappuccino? Mittlerweile schon zu viel. Ja, das Haus ist nicht verkehrt, wenn man nämlich, äh... Sei ich mal, die Brücke verloren hat. Nee, bleib mal weg mit deiner Flagge. Ah, wurde schon wieder einer mit einer Granate oder so. Gekillt. Ist ja da kein Fenster. Da liegen wir noch. Ah, dahinter ist einer. Besteckt sich die Sau. Warum nur, glaube ich, der Einzige, der... Hm. Machen wir mal das Gewehr. Wollen wir nehmen einfach die Munition. Jetzt lassen wir mal liegen. Ich nehme ab zur Brücke. Gebaut hier einen Gartenzaun. Ach, das ist es nämlich. Da war sie wieder. Mein Problem. Die Artillerie. Scheiße. Oh, hier vorne ist jemand umgeschossen worden. Ja, wie willst du da zur Brücke kommen, ne? Flank-Gamer. Ja, flank mal. Dann flank mal. Hat man hier vielleicht noch eine gute Aussicht? Auf die Brücke. Da hinten. Aber ich habe keinen Scope. Ich kann da nicht drüber schießen. Und was ich hier schade finde, ist, dass man nicht aus den Fenstern springen kann. Das finde ich bei Battlefield einfach geil. Das macht das Spiel ein bisschen flotter. Zumindest, dass man dann aus den Gebäuden rein und raus kann. Das geht hier leider nicht. Ich glaube, würde man in echt auch weniger machen. Oh, wir sind auf der Brücke. Hey! Hört mal auf, auf mich zu schießen. Hat's einer hinter uns geschafft? Von wo? Ah, vor uns. Taked. Nehmen wir mal die Waffe. Ratadum, Ratadum, Ratadum. Gut, hat schon mal viel gebracht. Versuchen wir mal, hier lang zu schleichen. Oh, hier liegt noch eine bessere Waffe. Danke. Oh, da hinten ist er. Einen haben wir. Ah, warum konnte ich mich nicht weiter drucken? Oh, jetzt ist ausgewichtigt in das Team. 7-7. Das ist doch schon mal gut. Und ich bin der Letzte, oder was? Naja. Und dann ist es nicht so schlimm. Ich spiele es nicht so häufig. Ähm, kriege ich jetzt wieder weg? Ah, Tab-Taste. Wo sind denn meine Jungs? Die sind wieder... Haben mir eine Front gebildet. Okay, mehr nicht. So, wir werden jetzt die Brücke mal... Äh, Brücke lassen. Ich trinke mal einen Schluck. Lauf nochmal... Flank hier. Hm. Das ist oben rechts, das mit den Metern. Auf 117 Meter. Eigentlich nicht schlecht. Wer weiß nur, wie... Wie... Wie das im Spiel ist hier. Nicht, dass 5 Meter schon 110 Meter sind, so gefühlt. Tja. Weit von der Brücke weg, oder nah an der Brücke ran? Also, es muss mal weiter weg. Hier wollen wir jetzt rüber. Ach so, man muss die Flaggen in die Bereiche packen? Kann das sein? Weil die haben ja A und B irgendwie. Und wir nicht... Warum haben wir gerade mal 4... Mal 4 Verluste irgendwie. Pro Sekunde. Also, so richtig dieses Flaggensystem habe ich noch nicht verstanden, aber... Da gibt's, äh... Loot. Das sind hier bestimmt die A, B und C-Zonen. Da müssen wir wahrscheinlich die Flaggen... reinpacken, oder wir müssen in den Zonen sein. Scheiße Fahrzeug. Nehmen wir alles. Overload. Scheiße. Wo ist der Typ hin? Wieder rein? Und als Granaten, ne? Alles Randa. Okay, da weiß man, wo ich bin. Ich bin weg. Was haben wir hier noch? Oh, das sind Panzerabwehrgranaten. Die kommen mir jetzt richtig. Die hätten wir nehmen sollen. Aber warum konnte ich die nicht nehmen auf G? Ah, muss ich wahrscheinlich mit 1, 2, 3, 4 erstmal auswählen. Weil die liegen ja auch nochmal... Die Waffen... Von Stroller-Optischen... Ich glaube, die unterschiedlichen Granaten liegen auch nochmal... Handgranate, Smokegranate, AT-Granate. Die wäre auf 3 gewesen, glaube ich. Das ist... So, und der andere, der mich gerade beschossen hat, ist halt... Neu, glaube ich. Nicht der Hellste. Oh, der sieht cool aus. Alter, wie schlecht. Oh, wir können fahren. Aber... Das bringt eins auch. Mach mal. Sunny! Ich bin Sunny! Doch nicht. Hallo? Sunny? Darf ich nicht fahren? Darf nur Sunny fahren, oder was? Hm. Ja, irgendwie... Irgendwie nicht. Hm. Dann halt nicht. Aber wir verlieren richtig Ticket. Die haben komplett alle 3 Bereiche... Alle 3 Zonen eingenommen. Ist das noch einer von uns? Ja. Ich würde sagen, ja. Ja, 4 Minuten geht die Map noch. Wir haben mal Dicke verloren. Ich gehe mal wieder in meine Hütte. Oh, die Hütte ist umkämpft. Die Schüsse kamen hinter der Hütte, nicht aus der Hütte. Ja, die waren neben der Hütte. Ach, hier ist schon einer von meinen Kollegen drin. Ich habe es voll drauf. Ist da noch einer gewesen, gerade? Ach, egal. Die Waffe ist schon weg. Waffen verschwinden. Das ist natürlich bescheiden. Da ist ja gerade einer erschossen. Und da kommt die Granate. So, jetzt haben wir ja eh gleich das Spiel verloren. Was können wir nochmal nehmen? Machine Gunner. Nee, ich will jetzt hier mal... ...diesen Gun-Typ da benutzen. Und dann zeig mal, äh, was ich machen kann. Ready. Pass auf, dann ist meine Waffe belegt. Ach so, man hat diesen Typen. Okay. Ich dachte, ich dürfte dann diesen Granatwerfer bedienen. Ist der eine von meinen? Ja. Ah, der hat eine Pack. Das ist cool. Doof ist nur, dass man dafür keinen Jeep kriegt, um das mal zu positionieren. Nee, die Waffe ist weg. Fuck. Hinten. Hinter der Fahrzeugruine, oder? Ja. Super. You are a cook. Genau. Das war's. Können wir nochmal die Klasse nehmen, oder was? Nee. Kriegen wir diesen scheiß Rifleman wieder? Das haben wir jetzt mal grandios verkackt, die Mission. Also ich glaube, die Flaggen müssen wir doch in die Zone bringen. Take the Flagge. Ja, ich nehme die mal. Ja, mein Englisch ist very good. Go, shoes. Ich versuche jetzt hier mal, die Flagge weiter vorne heranzutreiben. Ah, hier ist sowas, was ich vorhin gesucht habe. Lauf! Ah ja, ich hab's versucht. Ach, da war einer. Ja, das ist jetzt eh gelaufen, das Match. Sind wir noch 7-7? Ah, da sind's schon 10 zu 7. Okay. Aber ich denke mal, mehr als 20-20 wird's auch nicht werden auf so einer Map. Leider sind aber die Server nie so richtig voll. Wenn man mal so ein richtig groß ist oder größeres Match spielen kann. Also bei Battlefield sind die Matchs natürlich besser. Größer vor allem. Und mehr Fahrzeuge. Aber ich find's eigentlich für ein Free-to-Play für Ballerspiel eigentlich nicht verkehrt. Ist ganz nett. Sieht zwar nicht so hübsch aus, es ist einfach ganz sporadisch. Einfach. Kostet ja nix. Wer weiß, was da noch in Entwicklung reinfließt. Ich weiß ja nicht, wie alt das Spiel schon ist. Können wir mal kurz... Exit Game. Yes. Und dann suche ich mal Steam. So, ich will euch ja keine falschen Schabernack erzählen. Angesagt. Free Edition. Es gibt sogar eine Virtual Edition für 1,19. Ist ja der Hammer. Ich wechsle mal ganz kurz die Zähne auf Bildschirmaufnahme. So. Da haben wir das. Größtenteils negativ. Ausgeglichen. So ein Jeep habe ich noch gar nicht gesehen. Verdammt. Und Panzer hatte ich bisher auch noch nicht. Vielleicht muss man da einfach nur dementsprechend weit spielen. Das habe ich schon gesehen, das Fahrzeug. Mitte des Jahres kam es raus. 18. Juni. Das wollte ich doch wissen. Das wollte ich doch wissen. Ja, also wie gesagt. Es ist nicht hübsch. Es ist noch Early Access. Ne, es ist gar nicht. Ich dachte, es wäre Early Access. Es ist einfach nur Free to Play. Ich bitte um Verzeihung. Oder warte. Nur mal zurück. Na, es gibt doch eine kostenlose Edition. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was in der Bezahl-Edition drin ist. Vielleicht mehr Erfahrung. Whatever. Aber. Okay. Fertig gibt es auch. Aber habe ich noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt. Ich finde, die Server sind leider noch nicht. Ja, sind einfach zu wenig los auf den Servern. Also ich kann mir vorstellen, man kann mit dem Spiel Spaß haben. Also ich hatte jetzt auch gerade eben. Eigentlich hatte ich Spaß. Es sieht zwar nicht so gut aus. Dafür ist es aber Free to Play. Und wenn man eh nicht so einen leistungsstarken Rechner hat. Es gibt nicht jeder hat einen leistungsstarken Rechner. Aber da wird das Spiel definitiv drauf laufen. So wie das zumindest ausschaut. Ansonsten. Ja. Ich wollte euch einfach nur das Spiel präsentieren. Fog of War. Wer es noch nicht kennt. Ähm. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt von Fog of War. Dann schreibt es mir noch in die Kommentare. Ansonsten lasst mir doch gerne nochmal ein Like oder ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.